Musik Als Gott den Menschen schuf, hat er ihm etwas ganz Außergewöhnliches und Erstaunliches mitgegeben. Und zwar war das Kommunikation. Gott wollte mit dem Menschen im Gespräch sein. Er wollte mit ihm kommunizieren, im Austausch mit seinem Menschen sein. Durch den Sündenfall kam eine negative Kommunikation in unser Leben. Negative Kommunikation ist etwas, was in unserem Inneren ist, was wir aussprechen, was wir wiederum hören und was wiederum in unser Inneres kommt. Wir glauben es und es wird zu unserem eigenen gemacht. Negative Kommunikation ist wie ein Samen, der in unserem Inneren reinfällt, der aufwächst, der Blüten treibt und irgendwann auch Frucht bringt. Negative Frucht. Das sollte bei uns nicht so sein. Die gute Nachricht ist, die gute Nachricht, Gottes Wort, die Bibel, das Wort Gottes, was Kraft hat zur Veränderung. Wie kann ich Gottes Wort und die Kraft zur Veränderung denn in mein Leben bringen, damit die negative Frucht nicht entsteht oder damit positive Frucht kommt, eben gute Frucht, durch das Wort Gottes. Das hat nichts mit positivem Denken zu tun, denn positives Denken an sich ist etwas Menschliches und hat keine Kraft in sich. Das Wort Gottes hat Kraft und es wird in allen vielen Stellen in der Bibel beschrieben. Das Wort Gottes hat Kraft. Wie kann es kommen, dass ich dieses Wort immer wieder in mir präsent habe? Ich denke, es wäre gut, wenn du die Gottesverheißungensprache lernen würdest. Was ist das? Gottesverheißungensprache. Wie kann das gehen? Ich will dir dazu mit einem Beispiel helfen. Sicher kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wie das war, als du als ganz kleines Kind sprechen gelernt hast. Du weißt nicht, wie die ersten Worte über deine Lippen gekommen sind, aber du hast gelernt, weil deine Eltern völlig freudig darauf reagiert haben und immer wieder darauf gewartet haben, auf das nächste Wort und auf das nächste. Und sie haben daran gefeilt, an jedem Vokal, dass er richtig ausgesprochen wird. Woran du dich aber mit Sicherheit erinnern kannst, das ist, als du die erste Fremdsprache lernen solltest. Du musstest kleine Lernkärtchen rausholen, die Vokabeln da draufschreiben, die Vokabeln auswendig lernen, sie immer wieder in dein Gedächtnis reinrufen. Und es dauerte eine ganze Weile, bis diese neuen Worte sich mit deiner Muttersprache verbunden haben. Dann kamen die ersten kleinen kurzen Sätze, dann längere Sätze, Texte, immer wieder Wiederholungen. Und jeder Lehrer, der dir eine Fremdsprache beibringen wollte, hat gesagt, du musst es laut aussprechen, du musst dich selbst hören, du musst den Klang der fremden Worte hören. Genauso ist es, wenn du die Gottesverheißung in Sprache lernst. Du musst dir eine Verheißung aus der Bibel rausnehmen und sie auf ein Lernkärtchen schreiben und sie immer wieder aufnehmen, sie laut vor dich hin sagen, auswendig in dein Inneres aufnehmen und sicher da drin werden. Zum Beispiel, wenn du aus dem Psalm eine Verheißung rausnehmen würdest, wie, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dann schreibst du das auf den Zettel. Am nächsten Tag machst du ihn weiter. Du sagst, danke Herr, dass dein Wort meines Fußes Leuchte ist und ein Licht auf meinem Weg und dass ich weiß, dass mein Weg so sein wird, dass ich ihn erkenne, dass er hell wird. Und so erweiterst du diese Verheißung immer mehr und du lernst diese Gottesverheißungssprache mit einem einfachen ersten Satz. Dann nimmst du eine neue Verheißung und du machst das gleiche wieder und immer wieder. Wenn du jetzt sagst, ach, das habe ich schon hundertmal probiert, irgendwie klappt das bei mir nicht. Denk dran, wie das war, als du diese Fremdsprache gelernt hast. Es kam ein Test, du hast bemerkt, oh, das war nicht so ganz gut. Du musst es nachbessern, nachlernen, bis es wieder ein positiv besseres Ergebnis hatte. So ist es mit der Gottesverheißungssprache auch. Du musst es immer wieder lernen. Du musst in dieser neuen Sprache wohnen. Sie muss dir zu eigen werden, dass sie in deinem Inneren lebendig wird. Denn das Wort Gottes hat Kraft. Ich habe vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren damit angefangen, mich in dieser Sprache zu üben. Und heute kann ich sagen, ich habe schon einige Früchte davon erlebt, gesehen und auch einfach genossen. Aber denk nicht, dass ich heute schon so sicher und fertig bin, dass ich das gar nicht mehr nötig hätte mit diesen Erinnerungskärtchen. Nein, es ist ganz anders. Ich habe immer noch diese Gottesverheißungssprachenkärtchen bei mir liegen. Zum Beispiel an meinem Nachtschränkchen. Denn manchmal kommt der Feind nachts und attackiert mich. Und dann habe ich gleich das Wort präsent. Oder morgens in meinem Badezimmer, wenn ich verknittert in den Tag reinschaue und über die vielen Termine nachdenke und was ich alles machen muss heute. Oder auf meinem Schreibtisch, damit ich ermutigt werde und durch mich der Herr andere Menschen ermutigen kann mit seinem Wort. Oder in meiner Handtasche, damit ich, wenn ich in einem Arztzimmer warten muss, einfach das Wort präsent habe. Denn ich weiß vielleicht nicht, wie diese Untersuchung ausgehen wird. Und was ich überhaupt gar nicht mache, ist, dass ich die Zeitschriften oder Zeitungen anfasse, weil ich weiß, dass das, was ich dort sehe an Bildern, was ich dort lese, dass es durch meine Augen in mein Innerstes kommt und eine Saat bildet, die eine Frucht hat. Sondern ich übe mich in der Gottesverheißungssprache, damit ich verändert werde, damit der Herr mich verändern kann am inneren Menschen, damit ich in eine Reife komme, damit die Dinge, die negativ sich oft auch in uns bilden wollen, damit sie einfach verändert werden durch das Wort Gottes. Und das wünsche ich dir, dass du, wenn du unter Attacke stehst, wenn du unter Angstattacken stehst, unter Depressionsgedanken, unter negativen Dingen, du kannst diese Sache verändern, indem du die Gottesverheißungssprache lernst und dich darin übst. Und, dass du darin wohnst. Denn eine Sprache muss immer wieder gesprochen werden. Ich wünsche dir, dass du erlebst, Gott hat mehr für dich.